Und schon, was denen geht unten. Handschuhe sind bei Glas natürlich eine gute Sache, wenn sie sich nicht zu verletzen. So, wir haben eine geschützte Atmosphäre damit. Genug Wasser drinnen. Dann sind sie vor Regen geschützt. Stellen wir sie sich ab. Auf dem Sessel. Jetzt geht es weiter zu den Pflanzen. Jetzt schauen wir. Obole, Entschuldigung. Darf nicht ein Gierwinkel anschreiten? Das weiß ich nicht, was das ist. Ich wollte ihm nicht so los, weil er das in Blut gebracht hat. Mach mal weiter. Ja, so was.